Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von tarifcheck.de, das kostenlose Online-Vergleichsportal für Versicherungen, Finanzen, Energie und Telekommunikation. So, fangen wir doch mal an. Ich würde erstmal direkt schon mit Q3 anfangen, weil das sieht man recht selten, dass es einen Doppel-Crash von Mercedes gab. Wir können uns mal die Bilder zunächst mal von Lewis Hamilton anschauen. Das war, als die Uhr bei 5 Minuten 29 stand. In Turn 7 gab es diesen Abflug von Lewis Hamilton. Heiko, wie hast du diesen Crash gesehen? War das ein Fahrfehler von Lewis Hamilton oder war es der Wind oder woran lag es? Also er war auf jeden Fall mal sauschnell, als er abgeflogen ist. Er war auf Bestzeitkurs oder sagen wir mal, er war zumindest auf Kurs Richtung erste Reihe oder Maximum oder vielleicht sogar nur Platz 3. Also irgendwie sowas in der Richtung. Er war richtig gut unterwegs. Aber ich glaube, ich glaube, dass es in erster Linie ein Windproblem war. Denn der Wind ist in Österreich immer tricky und er hat sich heute am Anfang von seiner besten Seite gezeigt und war die ganze Zeit sehr, sehr stabil, kam im Prinzip immer den Fahrern entgegen am Ausgang der langen Start- und Zielgerade. Also in Kurve 1 hat er die quasi immer so ein bisschen gebremst. Das ist immer ganz schön, wenn man das stabil hat, dann kann man sich darauf einstellen. Aber er hat dann am Ende gedreht. Und das ist auch im Funkenpaar thematisiert worden. Das haben auch ein paar Fahrer gesagt. Und auch anschließend war das wohl die Erklärung, dass Lewis Hamilton da eine Windböe erwischt hat. Und dann gab es Übersteuern und dann gab es eben kein Halten mehr. Und er ist ziemlich heftig eingeschlagen, musste hinterher auch ins Medical Center. Und dann werden wir sicherlich gleich auf den nächsten Crash kommen. Das war George Russell. Das war in der letzten Kurve. Da haben wir das Bild, wie Lewis aussteigt aus dem Medical Car und dann ins Medical Center muss. Das ist immer vorgeschrieben. Es gibt eine Messung im Auto, wo genau drinsteht. Da leuchtet eine Lampe auf, wenn der Einschlag so heftig ist, dass die Fahrer ins Medical Center müssen. Lass mich dich ganz kurz fragen. Man hat ja auch anhand der Bilder ja aufgesehen, dass Lewis Hamilton die Hände nicht weggenommen hat. Was natürlich auch eine große Gefahr mit sich bringt. Normalerweise, wenn man mal das vorherige Bild nochmal, genau das nochmal zeigen kann. Nee, nicht das, das andere Bild. Genau das. Da sieht man, wie er die Hand noch am Lenkrad hat. Normalerweise empfiehlt es sich doch eigentlich, dass du, wenn der Crash jetzt kommt, deine Hände schützt. Warum hat Lewis Hamilton das in diesem Moment nicht gemacht? Da hätte ja schon auch was passieren können. Ja, ich habe es auch so gelernt und immer wieder gehört. Und es kommt immer wieder, dass man sagt, Hände vorm Lenkrad, also sonst die Chance, dass du dir die Handgelenke brichst. Also die Chance im Sinne von dem Negativen, die Gefahr, dass du dir die Handgelenke brichst. Guangzhou Joe, der ja in Silverstone diesen heftigen Abschlag hat, hat ausdrücklich auch gesagt, ich habe die Hände vorm Lenkrad genommen und dann auf den Einschlag gewartet und wusste, es wird ein ganz heftiger. Also normalerweise macht man es, aber seitlicher Einschlag, den Lewis Hamilton da erwartet hat, hat ihn vielleicht im Glauben gelassen, dass es nicht ganz so dramatisch ist. Das ist ja eine vierreihige Reifenwand, wo noch so ein Conveyorbelt, also ein Fließband davor ist, an der Stelle. Und wenn er das weiß, wo er ankommt, und er hat ja auch gemerkt, wie er seitlich einschlägt, vielleicht hätte er das deshalb dann nicht gemacht. Da sehen wir die Bilder auch nochmal, wir können uns auch das Bild nochmal anschauen, wie es dann das Auto dann hinterher aussah, also es dann genau dieses Bild. Da haben die Mercedes-Mechaniker heute nach ein bisschen was zu tun. Wäre da nicht noch George Russell gewesen, der sich, ich sage mal so ein bisschen sarkastisch formuliert, sich gedacht hat, Mensch, das reicht den Mechanikern noch nicht, ich lege auch noch ein bisschen was dazu. Dann gab es George Russell, dann in Turn 10 ist abgeflogen. Auch da leicht heftig, oder würdest du sagen, das ist jetzt nicht so wie bei Lewis Hamilton gewesen? Ja, da haben wir nicht so viele Zeitlupen gesehen wie bei Lewis Hamilton, aber der Abflug war natürlich in der letzten Kurve. Auch da kann natürlich der Wind eine Rolle gespielt haben. Das ist die Senke. Die Strecke ist ja so ein bisschen bergig und man kommt dann oben runter von der 9 in die letzte Kurve auf Start und Ziel. Und wenn er da nochmal eine Windbehörde gekriegt hat, dann kann das eben auch mitgemacht haben. Also der Einschlag, glaube ich, nicht so extrem wie bei Lewis Hamilton, aber trotzdem übel. Die Frage ist jetzt, war es wirklich nur der Wind oder hat Mercedes vielleicht auch ein bisschen mehr Risiko oder sind sie ein bisschen mehr Risiko gegangen? Denn wir haben ja gesehen, sie sind die letzten Rennen im Aufwind und man war in Silverstone mit den Qualifying-Positionen eigentlich gar nicht so glücklich. Da hat man sich eigentlich schon mehr erwartet. Und vielleicht hat man heute dann in Sachen Abstimmung und kleiner Flügel noch ein bisschen mehr riskiert und das war dann die Quittung. Aber das ist jetzt hypothetisch und ich muss auch dazu sagen, ich habe, weil ich halbwegs gut aussehen wollte für die Champ 1 sehr, zwischen dem Qualifying und unserem Beginn, der Live-Übertragung, der ja um 19 Uhr sein sollte, nochmal schnell geduscht. Deshalb habe ich das Toto-Wolf-Interview und das Lewis Hamilton-Interview nicht gehört. Aber wir haben sehr aufmerksame Zuschauer, die haben eben das Interview mit Toto-Wolf verfolgt und der RealFab18 schreibt, Toto meinte, die haben versucht mit 10 kmh mehr in die Kurve zu gehen und ihnen ist dann der Crip ausgegangen. Okay, das wäre natürlich dann auch eine Erklärung. Also das kann Toto ja anhand der Daten auch belegen. Also es ist ja nicht so, dass es eine Vermutung ist, wenn er das so gesagt hat, dann hat er das schon gesehen. Aber es war in der Tat auch so, Lewis war, ich habe es ja gesagt, sauschnell und das hätte gut die erste Reihe werden können. Es gab hinterher auch noch einen Funkspruch mit Bono, mit Peter Bonington, mit seinem Renningenieur. Er hat sich auch direkt entschuldigt beim Team für den Abflug und hat dann auch sowas gesagt wie, ich glaube, ich war auf Polzeit. Und dann hat man gesagt, ja, so Zweiter, Dritter auf jeden Fall. Das ist ja auch gerade das Bittere, wenn man überlegt, dass die Mercedes heute im Qualifying eine richtig gute Platzierung hätten erreichen können. Und dann eben passiert es Lewis Hamilton und George Russell. Also wenn du schon irgendwie so ein bisschen in dieser Saison nicht das Glück gerade auf deiner Seite hast, dann kommt, wie man ja nach dem Sprichwort immer so schön sagt, auch noch Pech dazu. Kann man sagen, dass das heute einfach Pech war, nichts anderes? Naja, ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass sie die ganze Zeit nicht das Glück auf ihrer Seite hatten. Sie haben natürlich erstmal einen sehr, sehr heftigen Konstruktionsfehler mit ihrem Auto, weil das war ja am Anfang alles andere als so, wie es sein sollte. Sie haben aber dann trotz dieses schlechten Autos eigentlich in den Rennen sehr häufig sehr viel Glück gehabt. Also Lewis hat ja auch zum Beispiel beim ersten Rennen vom Ausfall von Verstappen profitiert, sonst wäre er in Bahrain nicht aufs Treppchen gekommen. Und George Russell hat ja wirklich viele Rennen hintereinander immer quasi Platz 5 im Abo gehabt oder Platz unter den ersten 5. Sie haben schon eine Menge Punkte abgeräumt, aber eins ist natürlich auch klar, wenn das Auto dann etwas besser wird, dann wird man natürlich auch gierig, dann will man mehr. Und wir beide speziell haben ja schon sehr oft darüber diskutiert, wenn du immer wieder sagst, der Russell ist doch schon besser als der Hamilton, habe ich dir immer gesagt, warte mal ab, wie der Hamilton fährt, wenn das Auto wirklich mal wieder gut ist. Dann hat er wieder mehr Bock und dann sieht er auch wieder, dass es zu was Nutze ist, mit dem Auto zu fahren. Und dann wittert er auch wieder seine Chance. Er hat das ja im Silverstone schon gemerkt. Die 2- und 3-Kämpfe am Ende des Rennens waren klasse. Aber das passt natürlich genau dann dazu, zu dem, was Toto gesagt hat. Jetzt ist das Auto gut, sie haben dieses Pore-Posing oder Bouncing oder Hüpfen, wie auch immer wir das nennen wollen, ziemlich in den Griff bekommen. Die Abstimmung funktioniert. Sie waren in den letzten Jahren in Österreich immer ziemlich gut. Die 3 langen Geraden, das klappt auch ganz gut mit einem kleinen Flügel und kriegt man da ganz gute Topspeeds hin. Und dann will man vielleicht tatsächlich einen Tick zu viel. Wir haben übrigens auch jetzt gerade wieder sehr aufmerksame Zuschauer. Wir haben immer sehr aufmerksame Zuschauer. Das eine Hörnchen schreibt, heute war Bohn und auch wegen Corona gar nicht der Renningenieur von Lewis. Ach so, dann war er das. Das ist dieses Wochenende. Also Peter Bonniken ist dieses Wochenende nicht an der Strecke wegen Corona. Das ist dann okay. Das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe es auf SkyGo draußen gucken müssen, beziehungsweise im Fitnessraum. Und da ist mir das nicht aufgefallen von der Stimme. Lage her. Aber wenn die das vorher gesagt haben, dann wird es so sein. Und was auch eine interessante Anmerkung ist von ARR-Familie. Der Russell-Unfall macht den Mechanikern sicher mehr Kopfschmerzen, ging direkt aufs Getriebe. Jetzt sehen wir ja, Russell starb als 5, trotz allem, dass er dann nicht mehr weiterfahren konnte, nachdem es ja dann die zweite rote Flagge dann gab. Und wir sprechen auch noch gleich über eine wichtige Anmerkung, was wir oben schon sehen, Race Control. Aber meinst du, dass da möglicherweise noch ein kleines Nachwehwehchen kommen werden können, wenn man dann vielleicht ein neues Getriebe braucht? Also wenn ich richtig informiert bin, gibt es dieses Jahr keine Strafen mehr für Getriebewechsel. Das ist jetzt mein Stand jetzt. Da ich ja nun wirklich nicht mehr bei jedem Rennen vor Ort bin und die ja pausenlos irgendwelche Regeln ändern oder Ergänzungen oder zweite Version der dritten Version des vierten Paragrafen rumkommt. Falls mich jetzt einer unserer aufmerksamen Champ1-Hörer korrigiert, dann nehme ich das mit einem Lächeln hin. Aber ich glaube, es gibt keine Strafen mehr für Getriebewechsel. Ich behalte es mal sehr aufmerksam gerade mal im Auge, sprechen aber derweil mal über eine andere Szene. Wir können uns das mal eben, nein, gerade nochmal dieses Bild, bitte. Nein, das ist das andere Bild, auch nicht. Das mit der Anmerkung oben mit Race Control, da. Denn, sehen wir es oben, hat George Russell dann auf sehr eleganter Art und Weise dann gedacht, Mensch, ich schlendere einfach mal so ein bisschen über die Strecke, in die Boxengasse rein und das könnte dann auch noch was geben, Heiko? Gibt es da eine Geldstrafe für das Team? Gibt es eine maximale Geldstrafe oder eine Verwarnung? Es ist nicht erlaubt, die Strecke zu überqueren. Ich habe nicht alles hundertprozentig heute mitbekommen, weil mein Sky Go heute auch mal den drei, vier Aussetzer hatte. Aber ich habe mitbekommen, dass die Sky Kollegen darüber auch gesprochen haben und das gar nicht so schlimm fanden, dass er über die Strecke geht, weil ja keiner mehr gefahren ist, was natürlich Blödsinn. Es kann immer noch ein Medical Car oder ein Safety Car oder irgendwie so ein Auto über die Strecke fahren. Deshalb ist es ganz klar vorgeschrieben, dass man nicht die Strecke überquert, auch wenn das der kürzeste Weg zur Boxengasse ist. Man muss eben außen rum gehen und solange die Session nicht endgültig beendet ist, darf kein Fahrer die Strecke überqueren. Und wir haben schon eine Antwort auf die Thematik bezüglich des Getriebes. Solange die Getriebe im Pool vorhanden sind, gibt es keine Strafen. Genau, das war dann ja richtig. Die Frage ist, wie viel Getriebe darf man straflos austauschen? Glaube ich drei, oder? Beim vierten Getriebe gibt es dann die Strafe wahrscheinlich, oder? Ja, die haben aber jetzt noch keinen Getriebeschaden gehabt bei Mercedes und auch noch keinen Unfall, der ein Getriebe kaputt gemacht hätte. Also wird das alles noch im grünen Bereich sein. Aber was glaubst du, was ist denn für Mercedes-Benz da eigentlich noch drin? Russell, okay, Platz fünf, der kann natürlich mit einer guten Strategie vielleicht noch ein bisschen nach vorne fahren. Aber wie sieht es bei Lewis Hamilton aus? Was traust du ihm zu? Ich weiß den Wetterbericht nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass er natürlich schneller sein wird als zum Beispiel die beiden Haas, die vor ihm stehen. Dass er schneller sein wird als ein Fernando Alonso, der vor ihm steht. Also da geht es schon noch in die Punkte. Und wir wissen ja auch um die Zuverlässigkeitsprobleme bei Ferrari. Das haben wir ja auch in den letzten Wochen immer mal wieder gesehen. Ob die beide durchkommen, weiß auch noch keiner. Also da ist durchaus noch das Treppchen drin. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.